Ich bin ganz klar gegen eine Frauenquote, genauso wie ich auch gegen die Diskriminierung von Männern bin. Aber jetzt mal im Ernst, eine Frauenquote, mir ist schon bewusst, dass es im Moment ein Instrument ist in der Politik, damit wir wirklich dahin kommen, wo wir hinkommen müssen. Nämlich, dass es völlig egal ist, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Einzig und allein das Können muss zählen.